So, hier mal wieder ein Schwertchen, Machetchen oder was auch immer im Zombie-Design. Ja, mit einem wundervollen grünen Schnösenkel hier hinten, umbunden. Ja, Standard Biohazard-Zeichen mit Totenkopf, ein bisschen angedeutetes Blut bei der wundervollen, ja, so viel wird man damit nicht durchsehen können, aber ist ja auch nur als Deko-Artikel gedacht. Wie sieht's aus? Joa, ist okay. So sieht das Ding aus. Wenn's euch gefällt und wenn ich's nochmal finden sollte, ich weiß es nicht so genau, werde ich euch den Link unten reinstellen. Lasst mir einen Daumen da, hoch, runter, abonniert mich, kritisiert mich, ist okay, alles cool. Ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen, zombiefreien Tag. Bis dann.